Ja, hier ist wieder Magul HD mit Dota 2. Wir spielen heute den Zeus in einem Limited Hero Game. Das heißt, hier spielen natürlich dann jetzt Helden mit, die vorrangig für neue Spieler konzipiert sind oder gerade für neue Spieler leicht zu erlernen sind. So, wir schauen mal jetzt gerade. Die probieren sich jetzt hier gerade so ein bisschen aufzuteilen. Razor, Lich, auch ganz guter Kombo. Sven in der Mitte. Toro Ranger. Finde ich eigentlich auch sehr stark. Also spielt man, oder sieht man ziemlich oft in den Spielen. Jedenfalls in meinen Spielen. Und mal schauen, was wir hier anrichten können. Sniper natürlich jetzt hier ein sehr, sehr starker Spieler. Auf der Gegenseite. Vengeful Spirit schon mal gespielt. Tidehunter auch. Je nachdem, wie man spielt, kann man sich natürlich da relativ gut entwickeln mit den Helden. Zeus ist ja vorrangig ein Held, der wirklich sehr gute Eigenschaften hat, Gegner instant umzuhauen. Also Nuka hier drei Sterne beim Zeus von der Eigenschaft. Und das probiere ich jetzt natürlich auch hier dann im Late Game auch wirklich zu. Zu vervielfältigen, beziehungsweise zu verbessern, sodass Wow, wow, wow. Ja, da wird man ja schon ganz schön angegangen jetzt zu Anfang. Heaven help you. Bei meinen Hübschern, das ist guter Sachen. Vorwärts. Nein. Oh, ye of little faith. Very good. A position of power. Das hasse ich aber den Sand King. Also die Last Hütze, ey. Meine Fresse. A position of power. Onward. Your prayer answered. By my whisker. By my whisker. Yes. Ha 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 ha. Forward. I ordinate it. Very good. Onward. Wir müssen hier echt noch ein bisschen Gold sammeln, um einfach... Wir müssen hier vom Equipment her auch relativ gut darzustehen. Sound-Advice. First Blood. Nein, First Blood auf Gegnerseite. Und die Atmosphäre ist elektrisch. Meine Regeneration, 4,50. Ähm. Ich glaube, ich kaufe mir erst mal die Boots, oder? Meine Regeneration. Ich habe ihn ordinate. Ich bin ein weit weggekriegt. Ich bin ein weit weggekriegt. Deine Wohre ist ergerlich. Für die Krieg. Gott, gib mir die Beard. Oh Weck, weck, weck Nein Super, dass er jetzt den Kill gekriegt hat Na gut Kann man hier erstmal nicht ändern Yes Sind zwei in der Mitte von denen Razer ist schon Level 7 Oh Ich sehe gerade, der First Kill ging sogar auf unsere Seite Gar nicht auf die Seite der Gegner Wie ich mich zum Anfang verschaut Nein Nein Ich bin 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 Ein Wind Wind andauernd, aber der macht's aber relativ gut. Killing Spree. Eine Position von Macht. Vorwärts. Deine Top-Tower ist unter Attacken. Zu Maddler. Ja. Passer mich auf er. Trifft alle. 225 Damage. Sehr gut. Ah stimmt, das war ja die... Das war ja die. Das war ja. Das war ja. Eine Position von Macht. Das war ja. Das war ja. Das war ja die... Das war ja die... Das war ja die... Weg, 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 weg! Helfe doch! Mann! Ich lauf jetzt einmal zurück. Aufwärts! Das bringt ja gar nichts, ja. So. 1000 zu Erfolg. 325. Sag mir nicht, ich hab mir den jetzt so gekauft. Also... Na... sehr gut. Ich glaub, ich hab ihn jetzt doppelt scheiße. Ja. Na los, Geld. Ich ordain dich. Ich ordain dich. Top ist weg. Sound advice. Nice. Ich ordain dich. Double kill. Sehr gut. Die. Die. Ich lebe. Sie sind die. Und das ist der Einstieg. Ihr geschaut hat mir. dishoniger Worte. Zeichen. Du bist der hier. Ja. Schauen wir mal kurz hierher ob es eine Rune gibt Your bottom tower is under attack Das ist all it takes to kill you? I ordain it Viper ist jetzt noch hier unten mit Scheiße Jack Nein Nein Viper ist schon Level 11, ey 721, na geile Sache Ich glaub das wird schwierig Your top tower is under attack Your top tower is under attack Your prayer answered Die sind 3 hier oben, ey 3 sind top Ist ja mal ein Scheiß Coole Sache, wenn der jetzt hochkommt Nein Scheiße, helf ihm doch Jetzt los Ich wär schon fast die 1000 zusammen, wenn ich nicht den Fehlkauf gemacht hätte Mit diesem Scheiß Magic Band Ich geh mit top jetzt Your top tower is under attack Radian Structures are fortified Ich geh mit top jetzt Your top tower is under attack Your prayer answered Your top tower is under attack Los, hau die weg Scheiße Scheiße Ah, ist doch Scheiße, ey Sound advice You wish you were never spawn A position of power Your prayer answered Your middle tower is under attack God help you now Wow Wow, alter Falter, ey Jetzt weg 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 Auf geht weg 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 Boah, war das knapp. Damage mache ich jetzt 325. Nice action! Deine Top-Tower ist unter Attack. Vorwärts! Ja, da hole ich mir jetzt die erstmal Mana und Leben, das ist immer am besten. Deine Top-Tower ist unter Attack. Die Dias Strukturen sind fortgefunden. Ja. Deine Top-Tower ist unter Attack. Aufwärts! Deine Top-Tower hat fallen. Geh mal ganz kurz bitte. Nein. Nein. Das wäre ein Tribut. Ich ordene es. Deine Schmerzen beantwortet. Ja. Sehr gut. Ich kriege übelst Damage ein. So, jetzt holen wir uns schnell noch das andere Teil. Für den hier. Jetzt geh jetzt einmal zurück. Okay. Okay. Ah, Scheiße hat er gesehen. Ah, Scheiße hat er gesehen. Was ist es? Wie ist es? Wie ist die andere? Ja. Nein, sieh. 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 Deine Top-Tower ist unter Attack. Sieh. Sieh. Wohin! Heaven help you! Forward! Yes! Very good! Reach for the sky! Divine invasion! Your prayer answered! You wish you were never spawned! Your bottom tower is under attack! I'm your god too! Your bottom tower is under attack! Your bottom tower is under attack! The enemy's middle tower has fallen! Nice! Here was another! Chill out! Here was another! Chill out! Watch out, mortals! Zeus is back! A position of power! Boah, der geht mir so auf, dass er kaum weg! Your prayer answered! Your prayer answered! Your prayer answered! Sound advice! Forward! Yes! A little around my neck! God's wrath! Nice. Stell die mal dahin und dann krieg ich davon eins aufm Kopf. So geil. Los, los, los. Schnell. Ich konnte nicht drücken. Scheiße. Jetzt sind wir alle tot oder was? Das kann es nicht sein. Okay. 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 We need to fight real. Okay. Let me boost. Okay. 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 Oh Ihr bottom tower is under attack boah ey I thought they warrant you not to speak with Rangers Nice, jetzt kann ich's mir gleich kaufen Your prayer answer Lucky scepter, to know the touch of a god Knall 650 der der 60er mit Höchstenshaut Das ist unter Die Strukturen sind fortified 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 Heaven help you. The sound impacts. The heavens seem closer now. To battle. It's not high here. You never hear the one that... Your prayer answered. Very good. Radiant structures are fortified. You wish you would never spawn. I ordained it. A position of power. Your middle tower is under attack. God give it you beaties. Your middle tower is under attack. To battle. Your middle tower is under attack. To battle. To battle. To battle. Your middle tower is under attack. No. To battle. I will not kill this. I will not kill this. I will not kill you. Ihr bleibt sauer! Das Ding ist echt cool, das holen wir uns jetzt. Das Ding ist echt cool, das Ding ist echt cool, das Ding ist echt cool. Der ist einfach zu schnell, der Typ, ey. Und ich halte zu wenig aus. Der Typ, ey. Das war's für heute. Sound advice. Aufwand. 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 Spie-Bi-Wood. Enough is as good as a feast. Your prayer answered. Yes. Divine invasion. A position of power. Your prayer answered. By my whisker. Full. Forward. To battle. A position of power. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. By ordained. Nein. Ich kann mir die mal zurückkaufen. Scheiße, ey. Das war echt schlecht, der Zimt. Deine Oberstelle ist unter Attack. Jungs, haut drauf da. Ach du Leute, ist zu wenig, was mache ich an Damage? Das ist nur noch vorzügig. Scheiße. Das ist nur noch vorzügig. 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 Ja, ich will nicht so weit vordringen, ey. Alter, komm mal ab. Bitte. Ja, und vor dem hab ich auch schon Schiss. Das ist nur noch vorzügig. 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 Ja. Das ist nur noch vorzügig. Ja. Radyinstruktionen sind fortified. Schau mal, Mann! Ich bin unter Druck! Ich bin unter Druck! Ihr Top Tower ist unter Druck! Sehr gut! Ihr Top Tower ist unter Druck! Ich bin unter Druck! Schöne Tipp! Um zu kämpfen! Der Sniper ist doch ruckzuck dauernd. Der Sniper ist doch ruckzuck dauernd. Dein Führer antwortet. Ja. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Very good. Your prayer answers. Attack! The enemy's middle tower has fallen. You are alive! God is with you dead. I ordain it. Scheiße. Heaven help you. To battle. Onward. Onward. A position of power. The heavens seem closer now. Sound advice. Ich heiße blau ey. Was soll tot sein als Neubau? Das ist doch scheiße. Was soll tot sein? Was soll tot sein? los drauf jetzt alle nein los 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 Nein! Razer macht ein richtig geiles Game. Razer macht ein richtig geiles Game. So, wir haben jetzt die beiden, die werden verbündet zu dem. Wir brauchen jetzt irgendwie noch Items. Lebensregeneration. Support. Endgame Items. Leben und Mana, das ist natürlich am besten. War halt auch übelst teuer. Das den kann ich mir schon mal so kaufen. Booste ich mein Team ein bisschen. So. Jetzt gehen wir den nochmal ganz kurz tapen. Oben. Ja. Wo wollen wir jetzt hin, ne? Das ist jetzt die Frage. Ihr geht mal unten hin. Da, Lila. Wer ist Lila? Der Sniper. Oh. Oh. Your top tower is under attack. For killing spree. Dominators. Very good. To battle. Oh, lass mich nicht raus. Super, ey, festgelaufen. Bridge for the Skye. Vielleicht noch fast draufgegangen, weißt du? Total peinlich, ey. Das Hand ging schon 24. War das 24? Ich glaub' ja. Warum schützt der immer die und nicht mich? Ist doch gemein. Dankeschön. Ich glaub' er hat mich gehört. socio mit F dividends. Your prayer answered. Forward. Reach for the sky. Ascends me home. Ah! Good God, man! I'm under attack! You can't run from heaven! Very good! Sound advice! Onward! Attack! A position of power! Yes! The enemy's top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Nein! Your bottom tower is under attack. Ich kann mir nicht mehr zurückkaufen, weil ich nicht genug Geld habe. Dyer's Strukturen sind fortified. Your bottom tower is under attack. Scheiße, ey. Ich kann einfach nicht da mittendrin stehen, weil ich einfach zu wenig aushalt. Mit dem Typen. Bonus Magie Schaden. Ich kann es mal betreffen. Ich möchte nicht nur dieische Musik einschalten. Boah, Blinky. Kann ich nicht so oft nützen. Schaden an, der Tempel. Super! Magie Schaden an! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Cooles Sache, da sehen wir kurzzeitig sogar Ich bin nicht schnell genug Nice Nice Beware Divine Invasion Very good Buy my wisdom Hat sich auf jeden Fall gelohnt Stown Ich trau mich auch gar nicht weiter zu gehen, Jungs Ich traue mich auf jeden Fall Es ist ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Nein! Aber ich kann mich zurückklaufen. Komm, 8 Sekunden, 8 Sekunden, 8 Sekunden! Ah, es reicht nicht. Tera ging er zu schnell. Scheiße. Deine Böse-Tower ist unter Attack. Die Strukturen sind fortgelegt. Gott, gib ihm die Böse! Bewege! Ein Wunsch! Ein Wunsch! Ein Wunsch! Geben Sie! Ein Wunsch! Ein Wunsch! Ein Wunsch! Ein Wunsch! Deine Böse-Tower ist unter Attack. Ein Wunsch! Ein Wunsch! Scheiße, ey. Der Viper ist so krass drauf. Ich muss irgendwas haben. Ah, vielleicht ist das Ding doch gar nicht so schlecht. Die größere Struktur hat kapiert. respue dictну Detective emlediert mit einem Wunschkamm. Deine Bestäure sind unter Atbone. Scheiße was uns noch ein bisschen aushalten Nein, komm, der kann wechseln Der ist Level 15 Boah, Scheiße, ey Boah, Scheiße Ah, ich glaube, jetzt noch mal verloren, das Match, schade So geil gekämpft So geil gekämpft So geil gekämpft I ordained it Your middle tower is under attack Roshan has fallen to the radius Your middle tower has fallen Nein Nein Tau ihn ab Nice Ja, hat genug Geld zurückgekauft Scheiße Sand King, auch zurückgekauft Ah, ist doch kacke GG würde ich sagen Viertausend Leben, die Viper Unnormal Toll Los Zu zweit Nein Nein Steff wieder auf, steff wieder auf, steff wieder Steff wieder auf, steff wieder Jungs Nein Wow Aufpassen Nein 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 Die Zeit ist vorbei Ich sehe Nein Die Saison Scheiße. Hätten wir locker gehabt. Hätten wir locker gehabt. So ein Mist, ey. Eine Position der Macht. Um zu kämpfen. Ja. Wow. Kann das nicht sein? Vorwärts. Oh Gott. Keine Chance, ich kann nichts benutzen, ey. Wenn der Sand King mich hat. Ist doch so scheiße. Ja, was der Sven die ganze Zeit macht, weiß ich auch nicht. Ach. GG würde ich sagen, das war's. 1,30 noch was. Also das ist ein Game, ey. Was wir echt kaum noch gewinnen können. Oder kaum gewinnen werden. Wir sind ja einfach schon zu overpowered. Gerade der Viper. Der haut sowas von raus. Oh, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Yes. Sven. Ja, du hast Zeit. Ja, du hast Zeit. Die Schmerzen sind tiefen. Eintritt Nalo, setz mal auf das zu direkt auf den Dicken da oben Hahaha! Gott's Wrath! Gott helfe dir jetzt! To battle! Buy my wisdom! A position of power! Your prayer answered! Very good! Rich from the sky! Welcome to the abyssal pain! Sound advice! Scheiße! Your middle tower is under attack! Radiant Structures are fortified! Quick, they reach our base, right? Your middle tower is under attack! Wait for it! Onward! Divine invasion! To battle! An invisibility! Buy my wisdom! A position of power! Sound advice! You wish you were never spawned! Attack! I ordained it! So, let's go back! Let's go back! Let's go back! Let's go back! Onward! Onward! A position of power! You wish you were never spawned! You wish you were never spawned! I'm gonna die! I'm gonna die! nein gg das war's gewesen so knapp Scheiße gg das war's schade eigentlich aber die wollen uns einfach überlegen zum Ende hin ich denke mal beim nächsten Mal werden wir hier den Sven austauschen und dann wird es besser laufen ich hoffe wir sind beim nächsten Mal wieder dabei wird heißt Magul HD mit Dota 2 bis dann ciao